Und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Let's Play Together Infected vs. Normalos Survivors, genau. Ja, wir befinden uns im zweiten Level von, ich hab's schon wieder vergessen. The Parish, die Gemeinde. Genau. Dann wollen wir uns dann wieder mal aufmischen. Ist hier zufällig noch eine zweite bis zu... Ah, nee, was ist das? Das ist eine Quad-Fan. Nein, nein, gut. Ja, dann muss es halt ohne gehen. Na gut. Aus, kommt raus. Hä? Charger, boomer! Warum kacke? Ich hab mich doch noch getroffen. Na gut, dann bleiben wir halt erstmal hier drin. Langweiler. So, ich kann wieder gucken. So. Und ich kann gleich wieder Munition holen. Ja genau, das mach ich jetzt nämlich auch nochmal. Taktisch denken, sehr geschenken. Hallo, Hunter! Nein! Oh, 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 oh. Krass, krass. Splitter! Und ein Jockey! Was ist denn? Die haben dich vermutlich gleich runtergestoßen. Ich bin zweimal durch in ein Trio gesprungen. Cheater! 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 Oh, da hab ich Coach mal in den Rücken geschossen. Ja, so muss das sein. Du bereit, Coach. Oh, hier. Pillen nehm ich mal mit. Huch, achso, das war... Hunter irgendwo. Ach, nee, Smoker. Hallo! Oh, das könnte ja nur ein Bot sein, das bleibt stehen. Ja. Die stellen sich mal mitten in den Weg. Ja. Charger! Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, ja. Der war böser. Mann! Habe ich alle getroffen? Ja! Auf jeden Fall sehr viele, ja. Der war auch gut. Der war sehr schön. Jockey! Danke. Wieder so ein Incoming. Ja, durch das, äh, durch die Splitter, äh, durch den Boomer. Mhm. Oh, Splitter! Hallo! Boah! Na, dann gehen wir eben anders hoch. Jo. Besser ist das. Habe ich dir noch ziemlich wenig Schaden genommen. Wer? Ihr! Icke! Ja, generell! Na gut! Das ist ein Hunter? Hunter, ja. Bah! Ey! Ey! Jockey, der zieht mich zurück. Mist! Danke. Gucken wir hier auf dem Klo, ist, äh, ja, Adrenalin, falls wer will. Boah, das ist bitter gewesen. Und ein Chor-Chor. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, der Hit war gut. Verdammt. Boah. Hilfe? 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 Guck mal, das nicht so. Och, nö. Ihr seid so gemein. Nein, 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 nein. Mist. Ja, super. Ja, super. Traumhaft. Das gibt was. Können ja hier mal eine Ecke warten, dann kann ich mich nämlich mal kurz heilen. Schade. Schade. Ja, dumme Kante. Komm her, du Pisser. So. Gucken wir hier rechts rum, also weiter. Ja, ja, weiter, weiter. Immer im Laufbleib. Och, jetzt halt mich, die Rochelle. Ja. Da sind die Bots echt nervig. Nein, Smoker. Und ein Boomer, toll. Das habt ihr fein gemacht. Hallo, was ist hier? Ah, was soll denn die wieder ein Boomer? Sehr gut. Sehr gut. Absolut. Weiter geht's. Wir sind opferiert. Ja, ihr müsst das nachher auch schaffen. Ja. Das ist das große Problem. 12 Uhr und Jockey ach ich wir sind übrigens hier ist eine Waffe und Munition auch schönes Ding jetzt wäre eine Pipebomb sauber aber die habe ich ja leider nicht ja ja sehr gut ja ich gebe mal von euch sind wir so ziemlich alle ach man oh hey das Ding so komm weiter wir müssen ich wollte dich eigentlich krass machen aber zwei sind schon orange boah es gab Alter was ist hier los zombies kommt alles auf den Tricky ihr seid ihr seid doof boah sehr gut leider sind es bisher nur die Bots ja genau boah warte warte bleib mal stehen kurz und Trio 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 wir sind Bratpfanne boah boah sehr gut los boah das gibt's doch nicht ja kaputt gemacht und bist dann noch weggekommen okay ein haben wir ja 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 okay fall tot um ich deck dich dann hilf ihm äh ihr so 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 gut 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 später hohen ja 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 hier oben liegt übrigens eine AK auch nicht nur noch hat Muni Alter der Charter zu oh was für eine Distanz krass und 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 sehr gut im Feuer ist super nein im Feuer ist super im Feuer ist super ich bin grad außen so umgesetzt Mist ich wollte grad sagen das war und da ist auch noch Rochelle Twixter hat Rochelle getötet ja nein ein Hunter dahin wo ich gucke ähm es ist vorbei ja sieht so aus okay ach Mist sehr gut ja Mensch wenn ich das Feuer nicht geschmissen hätte hätten wir vielleicht eine Grenze gehabt wir haben locker so ein Viertel geschafft Prozent jetzt sind wir dran jetzt müssen wir nur richtig loslegen 200 Punkte das ist echt nicht viel ne naaa warum gibt's denn hier mal was zum mitnehmen ich weiß nicht was ich mitnehme äh wo kommt ihr denn überhaupt raus ich guck gerade mal ähm ach da ah ja verstehe ok ja ich bin unentschließt aber wir müssen ja irgendwie wir müssen irgendwann mal los wir müssen irgendwann mal los Entschuld einfach jetzt Bronze Vorsicht zurück 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 ja weißt du mal wie sind die NPCs nicht so die hellsten da ist ein Smoker draußen ok ach scheiß da war er draußen ja jetzt ist das ja booma wau halloo hat mich voll erwischt rin reingen ja aber nur dich leider ja die sind das so gemacht ist alles nach er hat schon mal wieder ein bisschen Munition wenn wir schon mal hier sind das wäre ja ich habe mich hier draußen A Schlagstock schützt er will ich ja nichts ist dahingekotzt nein natürlich nicht und sagen mann wird gemütlich vorwärts ja auch gemütlich laufen Autor müssen die ja schon richtig auf schicht so wie ich krieg ich hab mein Gerücht einstreu lalala da ist auf jeden Fall sehr gut ach miss oh oh tricky hey hoch springen wieso kann ich denn hier bitte nicht hoch springen ja hätten sie auch fast geklappt ja hätten sie auch fast geklappt oh assault rifle uh wo denn uh im 14 im 16 im irgendwas und ein Jockey irgendwo da wow und da war ein Hunter gerade und ein Splitter gleich ich weiß gerade gar nicht mehr wo wir lang müssen hier tja das ist ja doof hier ist gut super ah ja ok ach man na gut na gut na gut ihr seid irgendwie oh ne zombie haute von dem das heips kann jabetter schlag mal zu wirklich diese pieces immer so n ja ja jajaja ja super der Fallout öttger wünsche Read werden werde im dritten bis heute so KAS d da liegt noch Medi und wenn jemand möchte Ich nehm hier mal... Nix sollte eigentlich eins nehmen, aber ich schnapp hier mal eins. Da ist ein Smoker. Vorsicht. Genau. Sehr gut. Ich nehm hier mal ein Medkit. So. Seid ihr alle da? Ja. Gut. Gut. Ähm. Ja. Hahaha. In your face. Bitter. Oh, der war schön. Ich muss mal ganz kurz hinten warten. Ich musste kurz auf die andere. Hä? Hunter von hinten. Also ich hör ihn zumindest irgendwo. So. Hier ist Boomer Kotze. Oh, der hat mich. La 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 la. Okay. La 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 la. Oh, hier sind ganz viele Waffen. Ja, ich wollte ihn wegtragen. Alter. Davon abgesehen habt ihr, glaube ich, jetzt schon ein Tick mehr als wir, aber... Ja, man kann nie genug haben. Ja, das stimmt. Ihr müsst euch ja einen Vorteil herausarbeiten, wenn ihr... Genau. Und so weiter. Ja, ich wollte ihn eigentlich schön anspringen, als er da alleine drückt. Aber gut. Klappe zu. Klappe zu. So, hier, äh... So viel zur Theorie. Wir haben alles? Klopfen sie an, ja. Ähm. Probieren wir's mal. Unser Glück. Ja, und jetzt los. Hä? Fängt nähert sich. Fängt nähert sich. Fängt nähert sich. Äh. Glaub ich wirklich einer. Scheiße. Okay. Ihr seid alle noch hinter mir? Nee, wir haben... Wir haben die beiden verloren. Die hängen da hinten rum. Äh. Blöde Bot. Ja, okay. Ich raff's grad nicht. Hier ist ein Charger. Oh, ja. Oh, ja. Oh, andere Waffe nehmen. Oh, das ist Wok auf deiner Seite. Mann. Scheiße. Äh. Fist. Okay. Da hört man irgendwie, der ziemlich unfreundlich wirkt. Ja, ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. Da ist ein Splitter vorne. Ah, er ist weg. Ja, Entschuldigung. Wir haben es grad nicht gerafft. Okay, ich kletter auch mal ganz kurz die Leiter hoch. Erstmal. Erstmal in Sicherheit. Hallo, Nick. Du hast dich wohl etwas zu wieder nach hinten gewagt. Oh. Ja. Häuen runter, häuen runter, hinter dir. Hinter dir. Äh, kann der nächste Tech um. Jawoll. Ja, das wird nix. Das wird das nix. Ah. Deswegen. Gott, ey, hast du aber richtig ordentliche Rückenmuskulatur. Oh, du hast ja zwei Magazinen nach AK aufbekommen. Hahaha. Ah. Ah, das war's. Mist. Ja, aber immerhin habt ihr nicht schlecht geschlagen. Ah. So. Haben wir schon mal gut Punkte vorausgearbeitet. Oh ja. Oh ja, allerdings. Ja, aber wieder eine schöne Folge. Jo. Huh. Und wir sehen uns gleich wieder bei Level 3. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.